Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Top Trends. Für ein echtes Grillerlebnis benötigst du das richtige Gerät. Deshalb haben wir uns den 4 Series Classic LSG von Campingas genauer angesehen. Campingas sieht sich selbst als den Pionier bei Gasgrillgeräten für den Freizeitsektor. Schon seit 1949 legen die Entwickler großen Wert auf ein ansprechendes Design und ein breites Anwendungsspektrum. Wir werfen einen genaueren Blick darauf, was dieser Gasgrill alles kann. Montage und Verarbeitung Mit einem Gewicht von 60 kg ist der Classic LSG von Campingas nicht gerade ein Leichtgewicht. Dies ist nicht zuletzt auf die hohe Qualität der Verarbeitung zurückzuführen. Bei der Herstellung werden Stahl- und Aluminiumspritzkos verarbeitet. Beide Materialien sind leicht zu reinigen, hitzeunempfindlich und sehr widerstandsfähig. Der Besitzer kann sich also auf eine lange Lebensdauer freuen. Die 90 cm hohe Grillfläche steht auf 4 Rollen von denen 2 mit Feststellbremsen ausgestattet sind. Unterhalb des Bedienfelds für die Brenner sind 2 Türen eingebaut, hinter denen zusätzlicher Stauraum für deine Grillutensilien und eine Gasflasche vorhanden ist. Sowohl links als auch rechts der Grillfläche befinden sich seitliche Ablagen, auf denen du zum Beispiel deine fertig gegrillten Speisen bzw. noch zu verarbeitende Lebensmittel praktisch abstellen kannst. Die Ablage auf der linken Seite lässt sich herunterklappen, wenn du sie nicht brauchst oder aber um Platz zu sparen, wenn du ihn im Winter einlagern möchtest. Rechts unter der Klappe befindet sich ein leistungsstarker Seitenkocher. So kannst du auch gleichzeitig Beilagen und Saucen zubereiten. Die Größe der Grillfläche beträgt 3500 Quadratzentimeter. Das reicht nicht nur um bis zu 12 Personen auf einmal zu verküstigen, sondern die große Fläche ermöglicht auch das Zubereiten unterschiedlichster Grillspezialitäten. Denn Grillen ist heute nicht mehr nur etwas für Fans der klassischen Bratwurst. Auch Flammkuchen, Gemüse, Hamburger oder Pizza können darauf zubereitet werden. Die Tatsache, dass der Classic LSG mit einer hochwertigen Grillhaube ausgestattet ist, fügt sich in dieses Bild nahtlos ein. Dank der in der Haube integrierten Temperaturanzeige hat der Grillmeister stets die Kontrolle über den GAR-Vorgang. Wenn du dich für den Campingas 4 Series entscheiden solltest, musst du noch wissen, dass du deinen Gasgrill selbst zusammenbauen musst. Jeder Montageschritt wird in der beiliegenden Anleitung aber sehr genau erklärt. Solltest du den Gasgrill nicht selbst aufbauen wollen oder können, wird für 49 Euro ein Aufbauservice bei dir zu Hause angeboten. Die Lieferung umfasst außerdem auch einen Gasschlauch und einen Druckregler. Die Funktionen Der Classic LSG verfügt über ein Bedienfeld, mit dem alle Funktionen gesteuert werden können. Der Gasgrill wird mittels einer Pieso-Zündung gestartet. Auf Knopfdruck trifft ein gefederter Bolzen auf einen Kristall, der einen Funken erzeugt, der wiederum das Gas entzündet. Der Vorteil ist offensichtlich. Es ist kein Stromanschluss erforderlich und der Zündvorgang kommt nicht zum Stillstand. Die Stärke der austretenden Flammen kann auch für jeden Brenner separat über das Bedienfeld geregelt werden. So kann man stundenlang bei geringer Hitze garen oder die Speisen bei über 250 Grad Celsius scharf anbraten. Ein besonderes Merkmal des Gasgrills Classic LSG ist seine Erweiterbarkeit. Mit dem Culinary Modular Barbecue System können sogar Pizza, Paella und Gemüse zubereitet werden. Du kannst das Zubehör ebenfalls online bei Campingas oder Amazon bestellen. Vor- und Nachteile Das Grillrost besteht aus zwei Teilen. Warmhalterrost ideal für bereits zubereitete Speisen oder indirektes Grillen. Vier Räder machen den Transport einfach. Even Temp für gleichmäßige Wärmeverteilung. Kann zum Culinary Modular System aufgerüstet werden. InstaClean System für leichtes Reinigen. Große Gasflaschen passen nicht in den Unterschrank. Kein Sichtfenster in der Grillhaube. Die Grillfläche und das Gestell. Die Grillfläche ist aus emailliertem Stahl gefertigt. Das Material ist rostfrei und kann so ein Leben lang eingesetzt werden. Außerdem verfügt der Gasgrill Classic LSG über einen Warmhalterrost, das über der gesamten Grillfläche angebracht ist. Es kann zur Aufrechterhaltung der Temperatur des Garguts verwendet werden oder man kann es als zusätzliches Rost für indirektes Grillen nutzen. Die gesamte Präsentation, einschließlich des Gestells, ist von Qualität geprägt. Bei der Herstellung wurden hitzebeständige und langlebige Materialien verwendet. Der Classic LSG ist in grau-schwarzen Farbtönen gehalten, die einen zeitlos modernen Eindruck machen. Der Camping Gas Grill macht in jedem Garten und auf jedem Balkon eine gute Figur. Die Brenner. Der Gasgrill Classic LSG verfügt über vier Edelstahlbrenner. Diese sind von links nach rechts angeordnet, sodass die Wärme gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt wird und auch unterschiedliche Temperaturzonen entstehen können. In der Praxis erreichen die Brenner auf mehr als 90% der Grillfläche eine Temperatur von über 250 Grad Celsius. Die Flammen sind direkt auf das Grillrost gerichtet. Die Brennerzelte dienen als Schutz der Brenner und verhindern gleichzeitig das Aufflackern von Flammen und sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Die Reinigung. Fette Marinaden und Co. liefern in Verbindung mit der Hitze ein tolles Geschmackserlebnis. Sie hinterlassen aber auch Ablagerungen, die nicht nur unschön aussehen, sondern auch einen Nährboden für Keime und Bakterien bilden. Damit der Gasgrill Classic LSG nach dem Gebrauch schnell wieder blitzsauber ist, hat Camping Gas das Instaclean-System entwickelt. So lassen sich die meisten Teile, wie zum Beispiel das Grillrost und die Brennerschale mit wenigen Handgriffen herausnehmen. Camping Gas hat dafür gesorgt, dass alle Teile in den Geschirrspüler passen. Um Fett, Öl und hartnäckigen Schmutz zu beseitigen, ist keine harte Handarbeit mehr erforderlich. Genauso einfach wie das Herausnehmen, lassen sich die Teile auch wieder einsetzen. Unser Fazit. Mit dem Classic LSG hat Camping Gas einen hervorragenden Gasgrill auf den Markt gebracht. Er eignet sich bestens zum direkten Grillen bei großer Hitze, überzeugt aber auch beim indirekten Grillen bei niedrigen Temperaturen. Das Grillgut wird auf der gesamten Grillfläche bei nahezu gleicher Temperatur gegart. Die Verarbeitung ist solide, Ablageflächen inklusive eines zusätzlichen Seitenkochers sind vorhanden. Dank eines eingebauten Thermometers kann der Verbraucher die Temperatur immer im Auge behalten, auch wenn der Deckel geschlossen ist. Der Classic LSG kann leicht bis zu 12 Personen gleichzeitig versorgen. Nur die Räder hätten etwas größer sein können. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Überwiegend positive Bewertungen bekommt der Camping Gas 4 Series Classic LSG Gasgrill auch bei Amazon. Der Grill ist schnell aufgebaut und liefert ausgezeichnete Grillergebnisse. Die große Grillfläche lässt auch eine große Anzahl von Gästen gemeinsam essen. Der zusätzliche Seitenkocher, viel Stellfläche und Stauraum runden das Bild dieses rundum gelungenen Gasgrills ab. Bei Amazon erreicht der Camping Gas 4 Series Classic LSG Gasgrill eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei bereits mehr als 370 abgegebenen Bewertungen. Ein durchdachter Gasgrill an dem du viel Freude haben wirst. Der Preis des 4 Series Classic LSG liegt in der Klasse um etwa 480 Euro für Neuware. Warehouse Deals liegen um etwa 30 Euro günstiger. Falls du nicht weißt was Warehouse Deals sind, kannst du es in der Videobeschreibung lesen. Du kannst dir den Camping Gas 4 Series Classic LSG genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf die angegebenen Links unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen dass wir dir bei deiner Entscheidung den Gasgrill von Camping Gas zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Camping Gas 4 Series Classic LSG haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.